Hallo, mein Name ist Tyler, ich bin zwölf Jahre alt und ich liebe Sport. Ich bin der perfekte Qualität für Ninja Warrior Germany Kids, weil ich einen starken Ehrgeiz habe. Ich bin der perfekte Qualität für Ninja Warrior Germany Kids, weil ich einen starken Ehrgeiz habe. Ich bin der perfekte Qualität für Ninja Warrior Germany Kids, weil ich einen starken Ehrgeiz habe. Eine gute Griffkraft habe. Musik Und Ballonsaufgabenmeisterin. Musik Neben dem Sport interessiere ich mich sehr für Pflanzen und Tiere. In diesem selbstgebauten Terrarium möchte ich gerne Ameisen der Art Maisonne und Dentatus halten. Dies ist eine meiner Pflanzen, nämlich eine Vanillepflanze. Ich habe sie seit anderthalb Jahren und hoffe, dass sie irgendwann Vanilleschoten trägt. Dies ist eine meiner Kannivoren, das heißt fleischfressende Pflanzen. Sie fressen Insekten und hier bildet sie gerade eine neue Fangkanne aus. Ich möchte zu Ninja Warrior, weil mein Parcours zu Hause einfach nicht ninja-tauglich ist. Musik Musik Musik